Hallo Leute, liebe Rambazamba-Freunde, Einhorn-Socken-Deal, herzlich willkommen liebe Rambazamba-TV-Freunde beim weiteren Videodeal mit Kuschelsocken und zwar haben wir Kuschelsocken einmal Einhorn und einmal Meerjungfrau. Ja, allerfeinste Ware, guck mal, wir haben extra mal gesagt, wir müssen eine Videodeal davon machen, an die Rutschsocke mit Noppen unten drauf, richtig dick die dicken Kuschelsocken, Unisgröße, super weich, Meerjungfrauensocke mit Teddyfutter, ABS-Sohle, vom allerfeinsten hier die Waschanleitung und so weiter und so fort und hier die ganzen anderen Daten, die man so braucht. Ja, was soll ich sagen, Kosten draußen um die 5 Euro, so ein paar, wenn du mal billig kriegst, vielleicht 3,99, aber billiger kriegst du nicht, sagen wir mal ganz kurz, 2,99, aber das glaube ich gar nicht. Also verkauft wurden sie für 5 Euro bei den ganzen Geschenkartikelläden, Meerjungfrau und Einhorn, ja, beides die gleiche Ausführung, guck mal hier, ja, mit Stickereien in bunt, mit Anti-Rutsch, ja, vom allerfeinsten und diesem warmen Kuschelfutter. Ja, das kennt ihr eigentlich, wir packen mal einen aus, oder? Mach mal einen ab, schau mal, dass ihr auch mal seht, ja, das ist also was ganz Feines, was Ordentliches, ja, wie, wie, sag ich immer, vom allerfeinsten, vom allerfeinsten, Kuschelteddysocken, äh, Futter drin, also für warme Füße, jetzt für die kalte Jahreszeit, ähm, Unigröße, ich würde mal sagen, bis Größe 42, 43, größer wird sich, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Mann mit Einhornsocken oder mit, äh, ne, Jungfrau und Socken rumdappt, außer ich, nee, natürlich auch nicht, haha, also, wir packen, äh, in diesen Deal, von diesen Socken, 5 Euro ist der Normalpreis, 10 Paar rein, haben wir gesagt, zum Verschenken, zum Weitergeben, Nikolaus, Weihnachten, egal wie, ne, in, ähm, zwei Monaten ist Weihnachten, ja, ja, viele wissen das nicht, am 1.10., nicht mal, sieben Wochen, sieben Wochen, sieben Wochen, Nikolaus geht ja schon los, Nikolaus, zum Beispiel, kannst du hier den Nikolaus machen, ne, hier, guck mal hier, Nikolaus, kannst du machen, guck mal hier, mit Gummiband für dicke Birnen auch, ho, 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 ne, kannst du auf den Weihnachtsmann machen, ja, klar, also, packen wir rein, 10 Paar, 5 Mal, ja, von diesen Einhornsocken, 5 Paar Einhornsocken kommen rein, 2, 3, 4, 5 und, 2, 3, 4, 5 von den Meerjungfrauensocken, das Ganze hat dann Wert von, 50 Euro, was machen wir, wir machen mal einen blöden Preis, den wir noch nie haben, Freitag, der 13., sag ich dir, ist ein Glückstag, warum, weil meine Tochter da geboren ist, für alle, für dir, dass kein Glückstag ist, Pech gehabt, für mich ist ein Glückstag, 13,13 Euro, was hättest du, Ron, Scheiße, ich hab was anders geschrieben, warum, was haben wir geschrieben, 12,12, 12,12, Scheiße, das wollte ich mal teurer machen, wieder nix, weißt du, das kann ja auch mal sein, ich wollte jetzt mal einen Euro mehr verdienen, also, 12,12, Spielverderber, das klären wir gleich, jo, also, 12,12, haben wir wieder mal billiger gemacht, 12,12, guck her, machen wir, Kuschelsocken-Deal, oder? 10 Paar, bei dem Preis gibt's keinen Versandkosten- und Hinderungsbeitrag, kannst du vergessen, das sind ja dann nachher, was hast du noch, 1,20 Euro oder so, 1,21 Euro pro Socke bezahlt, pro Paar, das ist ein Witz, das kannst du nicht herstellen für diesen Preis, okay, wir haben 100 Deals da, oben und hinten vorne klicken, 12,12, 10 Paar Kuschelsocken und Abfahrt!